hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge terra hoi hallo oh ja schön das bein hoch ja wir haben jetzt eine giltig gegründet extra extraordinary germans also giltig kann man mit level 8 schon gründen und ist gar nicht so teuer 30 silber das ist eigentlich voll cool wie kürzen wir das ab haben gesagt was ist was dann was ist was dann ein schwarzer chocobo mit buntem afro ach ja den habe ich schon gesehen ja chocobo fliegen wir mal ins nächste gebiet ja ist denn holzhausen hier eigentlich hey forest okay ich muss jetzt schon mal los ja ja mach du nacher okay echt lustig los startbahn oder wie ziemlich langsam habe ich das gefühl gehen ja aber aber ganz ehrlich immer noch besser als zu laufen da jetzt mal laufen wir obwohl eigentlich so weit ist es eigentlich nicht nur wir müssen nur durch die ebene hier durch und dann unten links und dann noch ein bisschen rechts und dann wieder fahren überhaupt laufen ja du kannst durch jedes gebiet laufen du kannst über die ganzen kontinent laufen schweb nee nee du kannst da raus durchs haupt kommst du raus also du kannst auch außer von kontinent zu kontinent kannst du eigentlich überall hin laufen jetzt gleich mal und je ich habe die schlösser im übrigen sehr schön zu was plädiert ihr also ich finde ja das schloss mit den flammen richtig geil für uns eine zukünftige skilten ich bin diese noble gilde diese disney schloss ja ich finde sowas rotes böses auch gut da ich finde das ich finde es geil ich frage mich vor alle dinge was man da was es da drin alles gibt ich meine ich meins mal gelesen zu haben oder mal gehört zu haben dass es da drin ich hatte ja so noch nie eins dass es da drin händler und sowas gibt dass man da auch alles unterbringen kann oder sowas reinig ganz kurze frage leute wir entwirken bitte wieder den channel vor oder ach so ja natürlich sobald wir gelandet sind müssen wir den channel noch mal ändern weil er automatisch die 1 geht ja klar ach so ne geht nicht okay du kannst es leider nicht mehr hier wieder fuck here in the pussy anyway was alter was da jetzt schon wieder im chat abgeht das ist so heftig das ist so richtig assi auf gut deutsch seid ihr schon wieder in der stadt verteilt oder was ah ne ihr fliegt noch auf pegasus okay ich habe eben bloß die punkte von euch in der stadt gesehen und habe gedacht alter sind die schon wieder unterwegs ja ja weiß nicht soll man in den vierer soll man ich bin jetzt in die vierer gewechselt ja okay dann gehen wir in den vierer so arg ruhig ist aber okay ich meine im endeffekt ich wollte gerade sagen wir können dann in ruhe questen es ist ja nicht so dass wir hier irgendwie pvp gegen andere hätten oder sowas was dann langweilig wäre wenn wir alleine wären ja nur seit mir nach einer ist schon in der stadt lasst mich raten oh ne nico ich bin geschockt unerhört sonst seid ihr mal so schnell da muss ich ein bisschen voraus laufen ich lauf mit brakaloni ne es ist mir lieber ja mir auch aber wir kriegen jetzt unser pferd noch zeit oder und vorbeigelaufen wir nämlich ich nehme das zweite ich nehme das zweite genommen ich habe das dritte genommen einfach weil ich cool bin bin nämlich mal das erste war dumm ist immer noch schneller als hier das kann doch gar nicht sein doch wir haben 240 prozent der 280 warum das sind ich halt er wegen seinem aufsteigen dem löwen naja gut wenn aber wenn er den löwen dann hat ja klar so lange ich ihn habe benutze ich ihn auch naja klar logisch wäre ich muss das pferd aufstellen drück mal k und wo deine fähigkeiten sind dann ganz rechts die letzte spalte right und dann kannst du die kannst dein pferd runterziehen in die taskleiste und dann kannst du darauf reiten musst allerdings erst im inventar selbst die reitfähigkeit erlernen das habe ich schon jetzt müssen wir kurz warten bis der die fähigkeit fertig hat den drang ne quatsch wir brauchen erst die wir brauchen erst die die blume brauchen wir ja schon gesehen ne was dann bei asterix stehen sie ja an und wollen den zaubertrank trinken ach so ja das kenne ich da fehlt ein dicker obelix nico stell dich mal hin ach du meine güte sind hier viele questen ja da ist schon wieder so ein riesen schloss oben drüber was müssen wir denn hier eigentlich killen killen noch gar nichts wir brauchen jetzt erst mal diese pflanze auf mich warten nein nein quatsch die trecksau hat mich die blöde sau hat mich umgeschmissen die truhen sehen hier ganz anders da aus wie vor okay wo seid ihr denn unten auf dem feld auf dem großen du bist doch hier bei uns habe ich nicht gesehen wir müssen bloß blume sammeln wir brauchen kein gegner glatt machen doch eigentlich nicht nein wollte einfach töten oder hast du die quest oben angenommen nico nähe oder da wolltest du jetzt einfach killen wir muss ich nur einsammeln du musst hier in eine blume sammeln hier ihr guck hier habe ich hier noch eine quest aufleuchten ja weil du die blumen noch nicht gesammelt hast oder was steht in deinem quest was du machen ja dann musst du die blume sammeln du brauch musst brauchst du nicht von den viechern du musst die blume sammeln dann kommen wir kommen wir hierher nico die quest artikel also die quest sachen die du sammeln muss kann man mit warte mal nicht erst mal hier die die das vier hier platt machen hätte ich dann erst mal ach da guck ich als gar nicht drauf aber trotzdem dank was bekommen guck mal die blumen normalerweise das zeug was du sammeln musst hat oben drüber ein arrangenes ausrufezeichen sag weg bist du einmal geschnitzelt seid ihr schon oben wieder abgeben ja in unserer gruppe braucht die wache vielleicht jemand machen noch mal das ist das ist ja für den schurken ach so den braucht man nicht was kann ich heißt der hier überschraubt schurke ich sag da gerade schurke ich rede über hentai ist ja weil der jetzt gerade dieses ding herstellt und wenn der dann fertig ist dann könnt ihr das könnt ihr das machen und jetzt könnt ihr das und jetzt könnt ihr die die kranken leute da anquatschen den ich dumme den ich den ich wenn ein start gespät warum denn nicht nicht abgedacht der der geht dann kurz weg ja dies blöd einfach nur hin und her rennen ja als ob man nicht sagen wie wir ich da durch die gegend gelaufen ich nehme wir pens while playing they get in the way you know that i'm always okay noch die eine christian angenommen von ihm ein und welchen ja die habe ich auch eben angenommen ich wäre hier jetzt ich wäre jetzt hier soweit fertig wir könnten ich auch ja gut also wenn wir fertig sind treffen uns alle erstmal an der brücke dass wir uns versammeln hier so bleibt mal hier stehen wir sind schon so eine richtig kleine armee finde ich da kommen zwei löwen von hinten attacke das ist schon irgendwie geil weil du mal so von der seite er sieht man jetzt nicht mehr so schön ich würde sagen da wo es blau leuchtet müssen wir hin noch ein stückchen weiter hoch das blau leuchten ist wieder von zum gilten lager und auch leider nicht mein aliens hilfe einfach mal ganz schnell anklicken ich habe neue schuhe bekommen ja auch hier sind die ganzen quest weil wir alle annehmen also ich habe die jetzt alle angenommen hier ich kann die attacke nicht abbrechen wenn die dann einmal dabei ist guck mal zu mir wenn ihr noch lebt aber sie dass kannst du kannst du schon jetzt hier guck mal zu mir ich wollte gerade sagen das wollte ich gerade fragen ob du dich schon kannst ich wollte auch gerade sagen nico du weißt ja manche sachen noch nicht so oder dumme manche attacken könnt ihr auch gedrückt halten dann werden die stärker siehst du jetzt hast du zum beispiel eben was aufgenommen tobi und ich habe es bekommen ich habe dann gar nicht drauf geachtet das ist mir eben bloß aufgefallen wir haben hier noch was erledigen ja da hinten holz müssen wir noch sammeln hat er hat diese ekligen bienen dann da wackelt es über der ganze körper ich krieg der gänsehaut warte auf euch sammel doch was willst du denn naja nico natürlich habe ich habe ich das ganze eingesammelt bekommen drei stück habe ich ich noch nicht ok gut das war es auch schon wieder ich finde die ersten level gehen recht recht schnell muss ich schon sagen dass er drückt so habe ich noch ein event mit doppel erfahrungspunkte läuft noch läuft nicht mehr oder heute glaube ich noch oder ja das war doch letzte woche oder es war die so rau noch also ah ok wir haben jetzt schon nach 0 uhr vielleicht ist es jetzt rum you need my help you need my help ach da you need my help you need my help you need my help tjo jetzt einmal pökelfleisch machen muss ich machen pökelfleisch ihr habt im inventar jetzt ähm ähm äh empty wooden barrel ja da müsst ihr draufklicken einfach einmal mit rechtsklicken draufklicken ach so ok dann stellt ihr irgendwie pökelfleisch her oder sowas so gleich abgeben let's get to work ah jetzt bist du weiter reiten ha hm müssen wir weiter reiten ja wenn alle abgegeben haben oh habt ihr alle ja ich bin sicher abgegeben ja so ab jetzt weiß ich nichts mehr vom spiel weiter habe ich nicht gemacht mit einem anderen charakter ja ah ok ja das wird jetzt noch richtig lustig vor allen dingen mit der sau jetzt japan match high pornography illegal and industrial works aha ja darüber reden sie jetzt schon länger ja die haben spaß was in japan legal und illegal ist die haben spaß ja die uhrzeit kann man ja auch über sowas reden ja richtig sind ja nicht so viele kinder on ja äh bei denen ist es halt nachmittags ne ach stimmt ach stimmt ach stimmt hier ist auch glaube ich die erste wth die wir machen können also so eine wiederholbare so eine richtig wiederholbare ihr werdet angegriffen im übrigen schweine 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 machen ihr müsst mit dem pfeil ihr habt ein pfeil ins inventar bekommen ne mit diesem pfeil müsst ihr ein schwein abschießen wo habe ich den achter und dieses schwein müsst ihr in die in den käfig hier oben wieder reinbringen und das dreimal ähm ich lege mir solche sachen immer auf die c-taste dann ist das wie bringe ich das dann dort rein? hm? wie bringe ich das dann dort rein? kranatrum ist einfach nur drei stück Tami? wer ist denn Tami? wieso gehen das nicht? auf bewegt dich du fettes Vieh dann halt nicht zwei wieso wieso kann ich denn hä? ich kann die Viecher nicht mehr mitziehen was ist denn jetzt los? ich kann die nur nur ansprechen aber nicht mehr mitziehen ich glaub du musst hier das einzeln machen ja hab ich doch ja du kannst aber nur eins mitnehmen zwei hab ich nein das meine ich nicht ich hatte das erste angeschossen und das quiekte auch bloß in der Gegend rum wow ach guck mal du du bringst mein Schweinchen weg nee das kann ich alter warum haust du das Schweinchen? weil das andere Schwein das dein Schwein angegriffen hat da musst du halt aufpassen die werden angegriffen ne? das ist lustig über allen Schweinen steht Mariantes oben drüber bei mir steht Bracalone überall drauf kann man mehrere mitnehmen? ne nur eins ähm okay Nico du hast schon ein Schwein hinten dran Waffe jetzt los so ich hab die Quest abgeschlossen ich hab die Quest jetzt auch fertig ich hab die auch immer wie meine Waffe aber ich hab noch ein paar andere hier so komm mal oh ja das ist du hast nämlich volle ähm volle Energie volle Energie du kannst jetzt richtig schön loslegen okay ich bin mit den Schweinen fertig ihr jetzt auch? ja also ich hab die noch nicht abgegeben aber ja abgegeben hab ich die schon jetzt brauch ich ähm ich geb die immer gleich ab alter was ist das denn für eine ach die ist so grob die Attacke dankeschön den hab ich jetzt auch fertig so jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die dicken Mieze Katzen oh viele neue Skills echt? ja oh ich nicht oh aber den hier der ist gut es ist ein gutes Skill was war das? oh was hab ich jetzt gemacht? ich geportet was hast du gemacht? oh scheiße wohin? wo bist denn du? keine Ahnung wieder zurück in Holzhausen oder in Valica äh Lambert Town ist das ja hier aha ah ok ich weiss wo ich bin gut in der Nähe? bist du in der Nähe? nein nein ähm warte mal ich glaub als Gildenmeister kannst du kannst du den ähm Nico wieder hier her porten Moment der stand grad auf ich werd grad angegriffen dann lese ich's Moment jetzt gut zu wissen was das für ne Fähigkeit ist gut zu wissen was das für ne Fähigkeit ist Teleport to a guild member who is engaged in battle you may not use the skill while you are battling the opponent's guild ne geht nicht ok ich weiß nicht warum aus geht nicht hm müssen wir uns mal schlau machen ja wär nämlich auch ganz cool nico das ja auch alles noch machen hm nico muss das ja auch noch alles machen hm was dann? weiße hm was dann nico? komm nicht in Dings rein denn was? worte wo wir grad sind ja ah jetzt hä du kommst da nicht rein ok jetzt geknabts auf einmal es hätte auf einmal nicht geklappt hm So Bin ich auch gleich wieder da Einer nach den anderen fällt Äh, ich hab übrigens ne Waffe gefunden Echt? Ne Long Rifle Long Rifle, Long Rifle Das ist doch für den Tobi, ne? Für den Gunner, ja Das war ja schon mal her Guck mal, wie viel Schaden macht denn deine Waffe? Moment Attack und Impact Mach du rein, tust du einfach in den Gruppencheck reinmachen Attack 92 und Impact 38 Was? Wie süß Wie war's, oder? Die hier besser? Achso Nein Nein Item Level 21 ist meins Wie viel Schaden macht ihr eigentlich, wenn ihr jetzt mal P drückt auf Attack, wie viel Attack habt ihr denn eigentlich? 547 Ah ja, okay Da kann ich ja gar nicht mithalten 295 Ja, wie gesagt, du bist ja eigentlich auch, äh Seri Ja, Supporter Ich auf P drücke Ja Ja, du hast ja Attack 559 Warte, hier nicht mit Zauber Attack? Achso, ne, Attack, okay Also ich hab 640, dafür hab ich bloß ein Death von 99 Also ich bin fertig mit der Quest Ja, ich auch Ich hab 91 Ist aber, wie gesagt, ist ne WTH Also, daher Die können wir dann gleich nochmal annehmen und können uns dann nochmal mit Nico machen Nico, wo bist denn du? Ich lande gerade Okay Ach, du bist jetzt bestimmt in, äh, Lumbertown, oder? Mh Wie unhöflich Achso, was geht denn hier ab? Naja, die sind uns halt alle, die Schweine, ne? Mach gleich Rollbraten aus euch Weine Aber ist egal, wir können sowieso die Folge beenden, die geht nämlich schon wieder 26 Minuten Dann Sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal Abonniert, schreibt in die Kommentare, geht auch bei Marianos vorbei Natürlich Also, ciao Bis zum nächsten Mal, Tschüss